Das iMOOX-Logo, ein Smiley mit Brille. Farbige Würfel und der Schriftzug MECOMOOC. Einblendung der Titelfolie Lernen mit neuen Medien in der Schule. 1.1 Lebenslanges Lernen als Schlüsselkompetenz in sich rasch wandelnden Wissensgesellschaften. 1.2 Verschiedene Formen des Einsatzes von neuen Medien im Unterricht. Vortrag von Universitätsprofessor Dr. Alfred Berger vom Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Innsbruck. Lernen mit neuen Medien in der Schule. Zur Förderung der Kompetenz zu lebenslangem Lernen mit digitalen Medien im Schulunterricht. Lernen geschieht in den heutigen Wissensgesellschaften nicht mehr nur durch die Tradierung von Wissen von der älteren Generation zur jüngeren, in dafür vorgesehenen Institutionen und Lebensphasen. Das Wissen der älteren Generation alleine reicht häufig nicht mehr aus, um die Gegenwart zu bewältigen und für die Zukunft vorbereitet zu sein. Lernen muss vielmehr entgrenzt, das heißt auch außerhalb von eigens dafür eingerichteten Institutionen und von traditionell dafür vorgesehenen Lebensphasen stattfinden. Es besteht heute in den Bildungswissenschaften weitgehend Konsens, dass die jüngere Generation dazu befähigt werden muss, auch selbstständig das ganze Leben lang zu lernen, um angesichts des raschen technologischen Wandels und schnellen Wissenszuwachses am sozialen, ökonomischen und politischen Leben teilhaben zu können. Die Fähigkeit des lebenslangen Lernens ist zu einer Schlüsselkompetenz in sich rasch wandelnden Wissensgesellschaften geworden. Erziehung und Bildung müssen heute auf die Bewältigung einer nur bedingt vorhersagbaren Zukunft ausgerichtet werden. Lernen des Lernens steht deshalb im Vordergrund. Digitale Medien spielen in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Sie sind als Quelle des Wissens, in sich rasch wandelnden Gesellschaften und als Instrument des Lernens zunehmend bedeutsamer geworden. Darüber hinaus stellen sie einen wichtigen Einflussfaktor für die persönliche Orientierung und Lebensbewältigung dar. Verschiedene Laptops liegen auf einem Tisch, Unterlagen werden über den Tisch gereicht. Mit den neuen Medien sind jedoch nicht nur Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten, sondern auch Herausforderungen und Gefahren verbunden. Für die Aneignung von Wissen und die Unterstützung von Lernprozessen bieten sie neue, im Vergleich zu früheren Zeiten, ungeahnte Möglichkeiten. Sie besitzen Potenziale im Hinblick auf das Erlernen von Kompetenzen wie Selbststeuerungsfähigkeit und Problemlösefähigkeit, die für lebenslanges Lernen grundlegend sind. Angesichts der Flut an medialen Informationen und der Gefahr, sich darin zu verlieren, kann der Umgang mit digitalen Medien aber auch mit großen Herausforderungen und Unsicherheiten verbunden sein und zu Überforderungen führen. Im Folgenden möchte ich Sie skizzieren, wie in der Schule durch den didaktischen Einsatz von digitalen Medien die Kompetenzen zu lebenslangem Lernen gefördert werden können. Einblendung der ersten Folie, lebenslanges Lernen als Schlüsselkompetenz in sich rasch wandelnden Wissensgesellschaften. Fragestellung, wie kann in der Schule durch den didaktischen Einsatz von digitalen Medien die Kompetenz zu lebenslangem Lernen gefördert werden? Es ist damit der Bereich der Mediendidaktik angesprochen, der sich damit befasst, wie sich Medien für Bildungsprozesse einsetzen lassen. Mediendidaktik ist nicht isoliert von Medienerziehung zu sehen, da ein erfolgreiches Lernen mit Medien immer auch ein Nachdenken über Medien, das heißt eine kritisch-reflexive Beurteilung der Medienangebote, voraussetzt. Digitale Medien können auf vielfältige Art und Weise in schulische Lehr- und Lernkontexte eingebunden werden. Unterschiede bestehen hauptsächlich bezüglich der Funktionen, die sie im Rahmen des Unterrichts übernehmen sollen und hinsichtlich des Ausmasses, in welchem sie den Schülerinnen und Schülern eine aktive und selbstständige Rolle im Lernprozess zugestehen. So können digitale Medien zum Beispiel bei der Präsentation und Visualisierung von Unterrichtsinhalten, beim Üben und Festigen von Faktenwissen, bei der Beschaffung von Informationen übers Internet, beim Lösen von Aufgaben, Entdecken neuer Zusammenhänge oder der Erarbeitung von Problemlösestrategien eingesetzt werden. Während Sie in den ersten drei Beispielen primär als Hilfsmittel in Form von Computern, Beamern und Übungssoftware den Lernprozess durch die Darbietung und Vermittlung von vorgegebenen Inhalten unterstützen, dienen Sie in den anderen Beispielen im Rahmen von intelligenten, tutoriellen Systemen und von komplexeren Simulationsprogrammen als Werkzeuge, um Aufgaben zu bearbeiten, Handlungen und Problemlösungen zu simulieren und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Den Schülerinnen und Schülern kommt in den ersten Beispielen vorwiegend eine rezipierende, reaktive Rolle zu. In den weiteren Beispielen sind sie demgegenüber verstärkt als aktive, selbsttätige Lernende gefordert. Einblendung der zweiten Folie Verschiedene Formen des Einsatzes von neuen Medien im Unterricht Erstens Steigerung bisheriger Lernmöglichkeiten Präsentation und Visualisierung von Unterrichtsinhalten Üben und Festigen von Faktenwissen Beschaffung von Informationen übers Internet Zweitens Transformation von Lernen und Bildung Neuartige Lern- und Bildungsprozesse werden möglich Zum Beispiel tentatives Probehandeln Multiperspektivische Betrachtung Diskursive Bearbeitung von Wissen Zusammenfassend können digitale Medien damit einerseits der Steigerung bisheriger Lernmöglichkeiten dienen Zum Beispiel durch die schnelle Beschaffung von Informationen übers Internet und die Nutzung von Drill-and-Practice Software Zum intensiven Üben und Festigen von Faktenwissen Andererseits können sie auch neuartige Lern- und Bildungsprozesse ermöglichen Etwa im Rahmen von Tentativen, das heißt versuchsweise Problemhandeln mit Simulationsprogrammen Durch die multiperspektivische Betrachtung von Sachverhalten Mittels Einbezug von mehreren schnell abrufbaren digitalen Informationsquellen Oder durch die diskursive Bearbeitung von Wissen in für mehrere Personen zugänglichen digitalen Austauschforen Neue Medien tragen so auch ein Stück weit zum Wandel von Lernen und Bildung bei Der Nachspann mit Quellenangaben und Produktionsdetails wird eingeblendet Informationen dazu sind im Transkript detailliert aufgelistet